herzlich willkommen auf den kanal saldo gaming und heute spielen wir mal den haus party tycoon in roblox ich würde sagen wir holen uns direkt noch unsere 100 euro nicht ab und kaufen einfach besser von salty sand interessante kleidung tragen sie hat wir gehen nicht näher drauf wir sollen sprechen es ist party zeit ja wir kaufen uns den weg können wir uns immer fahrt lichter also wirklich auf dem boden ein fahrweg eine einfahrt darf natürlich auch nicht fehlen norman hier habe ich eine wand bin wieder arm auch das erste auto da habe ich nicht so viel kohle schneller laufen das zu aktivieren ja ich werde nie ungefähr einmal 17.000 wo box muss geben liefere vorrichter aus der schlacht natürlich kaufen und noch eine wand und hätte ich ein fenster und jetzt habe ich kein geld ja morgen wärmer wie geht es hier heute heute war mein letzter praktikumstag ja mach mal drüßend durch die sogar geld bis das einladen 80 80 gasteinladen also die hier geben wir mal geld hier değer solu spiel co book nur murm vermeint hecho ich habe fast die 1000 euro kofe hear er macht fast 100 näher sich da ein fenster war die film design auch nicht malen teppich sofa tisch habe ich wieder kein money für ja 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 jetzt habe ich das geld für eine boombox ich hoffe man nicht dass da musik gleich angeht denkt man nicht weil sonst könnte man das hier egal ich kann man auch selber musik man weiß es nicht oder es ist sicherheit aber cool dass wir auch so richtigen namen stehen bester freund ist sie also meine beste freunde natürlich läuft man muss ich lalala lalala angas wir haben wirklich freunde ja das würde ist eine keine musik ausständiger ich denke mal nicht dass das denkt man nicht dass das eine copyright musik ist bei roblox das auch irgendwie nicht mehr so gast einladen ja aussieht gut aus so kann man es ausscheinend garagen bauen dann hier einmal garage dann die tür darf auch nicht fehlen so arbeitsplätze unterstützt rahmen für eins für zwei und sport das finde ich geil dass man auch so geld verdienen kann das finde ich geil und diese näher und dinger sehen auch klaus na lagerraum dann noch eine lagerung dann kommen uns mal nach dann malen wir hier irgendwas ans leuchtung dann kommen wir uns keinen neuen dingsbums schließen das ganze einmal so so und sie mal kurz geht jetzt habe ich kopfschmerzen das ist aber unterstützung hier eine garage über 1000 bewundert ja gut ersparen wir ja kurz darauf dann können wir nämlich das nämlich direkt kaufen das wäre nämlich sehr nice dass man das kaufen kann aber die dance aber auch wirklich 24 7 genau so auch nur jetzt noch lichter an die werde ich mal gefährlich sein jetzt 900 dollar 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 auch 900 dollar danke das ja eigentlich so kauft dann gehen wir mal kurz hin und holen uns hier noch mal geld ab und den und sind und du 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 die Fische brauchen auch Neon. So, ein bisschen Geld von denen hier absagen. So. 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 So, es ist hier ein bisschen dunkel. Ich sehe nichts. Ah, danke. Cooler Meister. Wanddekoration. Okay. 2150 kostet der hier. Wie kann man doch auch einen einstellen? Wie teuer ist denn der? Ja. 3.400. Okay. Okay, okay. 3.400 ist gekauft. Ja, den kaufe ich ihm kurz. Weiß nicht ganz genau, was der macht, aber ich kaufe den einfach. Das ist geil. Leute, aktiviert übrigens die Benachrichtung, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich sehr freuen. So. Kaut auch gerne auf meinen Discord, weil der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dort die 300 Member verpasst. Wir haben gerade die 383 erreicht. Das wäre sehr nice. Vielen Dank für euren Support auf jeden Fall. Und hier auf YouTube natürlich ebenfalls. Warum stehen da Autos? Ach so, wahrscheinlich wegen den Gästen. Aha. Das ist interessant gemacht. Ich würde ja am liebsten das jetzt kaufen, aber... Wir kommen. Ich kaufe das. Cola Meister. Wobei ich kaufe erst die Wand hier. Und das Wetter. Und noch eine Wand. Und seitens da. Boah, sowas in seinem Haus oder Wohnung zu haben, ist auch geil. Sportfernsehen. Weiß ich ja jetzt nicht. 1500. Mhm, 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 mhm. Moin, moin. Moin, moin. 32 macht der. Machen alle nur 32, was sind das? Oh Gott. So. Moin. Moinsen. 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 So. Boah, ich habe fast gekauft. So, ich kaufe jetzt erstmal hier diesen, einen Kollegen Schnürschuh hier. Gasteinladen. Ja, gleich. Gasteinladen. Ja, gleich. Gasteinladen. Ja, gleich. Mein Freund fehlt. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, dass dein Freund fehlt. Ja, sag mal, das geht so nett hier, ne? Können wir auch gleich wieder rauslegen. Der Rex hier, der bringt dich persönlich raus. Gasteinladen. Gasteinladen. Ne, der kostet ein bisschen zu viel. So, Sportfernsehen und eine Wand. Oh, hier ist auch noch eine Wand. Hey, Boss. How's it going? Moin. Warte, wie teuer ist der eine Gast? 2100. Ja, komm mal kurz zurücklaufen. So, jetzt kann ich mir die kaufen. Äh, ich kaufe, ich kaufe mir einfach die Gäste, weil ich das Geld dazu habe, ne? Ich lade sie nicht ein, sondern ich kaufe sie mir einfach. Boah, Junge, der macht das so laut. Einen anderen Gast, 3900. Die haben wir ja auch noch. Sobald ihr das Geld habt dazu. So. Mhm. Mhm, 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 mhm. Interessant hier alles. Tritt der Gruppe bei plus fünf Prozent Bargeld. Mal zwei Bargeld. Automatisches Sammeln. Zweimal Gewinngeschwindigkeit. Nö. Nö. Was gibt's hier denn so? Mhm. Exklusiver Elektrosportwagen. Wer braucht das? Permanent. 25 Cent Cash. Nein. So. Kann ich mir jetzt den neuen Gast kaufen. Das wäre sehr erfreulich. So. Perfekt. Dankeschön. 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 So. Tarte. 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 So. Kaufen wir uns hier noch mal kurz. Das. gehen jetzt rüber zum fernseher auf uns kaufen uns den einmal so fast 1040 da habe ich sogar noch was geht ok ich will sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein like ein abo und kommentar da und da ist eben auch mein discord server vorbei der ist unten in der video beschreibung verlinkt ja macht dort einfach 300 member voll will mich sehr freuen wie gesagt ich habe ja die wird auf jeden fall die benachrichtigungsglocke damit ihr kein video mehr verpasst abonniert den kanal dass wir mich auch freuen habt ein traum auf dem tag haut rein euer sandow ciao